Hallo, 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 hier ist wieder Schokobanoki, New Television mit Daily, deiner tagesloses Angeberwissen. Ich bin der Saschi und ich rede manchmal ganz schön schnell und das ist der Till und der redet eigentlich nicht so schnell. Nein. Wir haben heute den 5. Dezember und am 5. Dezember haben wir wieder ein berühmtes Geburtstagskind und das ist Patricia Kahrs. Kennst du? Nein. Die Sängerin. Französische Sängerin, Pop- und Jazzsängerin. Die ist richtig geil. Also ich kann ja nicht, wenn die singen, aber die hat so eine richtig Stimme. Ich meine, so französische Sängerinnen sind sowieso immer. Ich meine, das klingt halt immer geil. Nein, aber französisch ist alles sagen. Patricia Kahrs ist ein Knaller. Das ist die Arisa Franklin von Frankreich. Das sage ich jetzt einfach mal so. Dann lassen wir das so stehen. Happy Birthday. Ja, bravo Patricia. Patricia. Sieht auch noch gut aus. Also jedenfalls in ihren guten Zeiten. 5. Dezember. Was ist da noch geschehen? 1978 wurde das Frühwarnsystem AWACS eingeführt. Von den USA oder was? Nein, von der NATO. Ach, von der NATO. Okay. Ja, ist ja USA. Im Prinzip. Kann man so sehen, ne? Naja, wir haben vielleicht ein oder zwei Sitze mehr. Am 5. Dezember wieder locker, locker, locker. Am 5. Dezember 1933 wurde das Alkoholverbot in den USA aufgehoben. In den Vereinigten Staaten war seit 1919 das Prohibitionsgesetz. Tja, Alkoholverbot. Ja. Trat er in Kraft und 1933 wurde es wieder aufgehoben und da sage ich doch, hast du eigentlich gesagt, du hast gar nichts. Ja. Ich sage hier Tschüss. Ich kriege ja hier nichts. Ich habe dich gefragt. Nein. Das sagt er jetzt einfach so. Ja. Leute, helft mir. Ich werde in einem Studio festgehalten. Sag Tschüss. Hallo. Bis morgen. Ciao. 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 Ciao.